ARD Text im Auftrag von Funk Ich mach euch fertig ihr Motherfucker hier in der Linken Seid der Fute Ja Fute Die zwei Schilddinger da oben, die halten sich einfach gegenseitig mit Schild Scheiß was los? Im Karpus Lager? Oh Scheiße Ich bin mal weg Oh, finden sie 1000 Mods, 200 hab ich schon geschafft Boah, diese Scheiß Schilddinger ne? Kann ich mal irgendjemand jetzt damit ich jetzt zercrasht Irgendwie werden die mir unkaputt war Oh oh Nein, hoch! Äh, warum sterben die mal langsam nicht? Ja, die sind gerade zu viel Ich hab einen Blitz Ich brauche euch dazu nicht, die habt ja lang kaputt gemacht Oh Dinge Ich bin durchgelaufen Ja Dann müssen wir glaube ich sogar Cool Ich glaub der strahlt dann tödlich Denke ich auch Schmilzt der die Decke? Wenn ja, ist das nicht gut Moment, guck mal mal Nein, ist nicht tödlich Hauptsache, du hübsst einfach durch Ja, kein Notfutter Dann können wir mal ausprobieren Wir sind in einem riesigen Raumschiff Hier würde ich jetzt gerne stealthen, ne? Ja Ja, dann warte mal Grundinfo Oh Bist'n du da? Ich weiß nicht, lauf grad falsch Aber ich hoffe, wir sind vielleicht irgendwo gebt da Oder ein geiler Loot oder so Hier kannst du mal die Aussicht hier mal genießen Ja, da hab ich ganz schön rausgeschaut Ist ja langweilig Das und Stift und so Das und Stift da So Hauptsache, Foto rennt wieder die andere Richtung vor Ah, hier ist zu Also ich will den Stift aussehen, was man stift Ah, der Stift, schöner Stift Was hab ich gesagt? Wir müssen da rum Ja, stimmt Ich hab gesagt, dass du hier da rum würdest Ja, stimmt Hast du da? Keine Keine Die Tür da ist, glaub ich, gefährlich Die Tür da ist, glaub ich, gefährlich Futur, geh mal weg Ganz so nix, hier Feicheier Ja, kannst du dir gerne vorrennen Da kommt was Aktiviere Drohne Futur Stealth Futur Stealth Futur Stealth Futur Stealth Der rennt einfach durch, ne? Da ist ein Vorstuhl Ich hab'n Vorstuhl gefunden Ja, ne, wirklich Du kannst auch gerne runter springen, du bist Du kannst auch gerne runter springen, du bist Ja, wie krass Geschützturm, Vorsicht Das liegt, glaub ich, mag uns hier nicht Irgendwas läuft da oben Das hört sich groß an Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt Und Futur Geil Das war's mal wieder mit Stealth Was bist du denn das Stealth? Guckst du mal das Viech an? Ja Du kannst die ganzen Drohnen Stealth, Alter Guck da das Viech an, was bist du denn das Stealth? Blitz Alle Drohnen auf einmal gekillt Alle Drohnen auf einmal gestealth Genau Genau Ja, es ist so Ich will nicht das Ding töten, sondern die ganzen Drohnen Aber wenn das Ding ein gesehen hat, kann man doch die Drohne nicht mehr Stealth Du kriegst das Viech gar nicht mal tot Doch Doch jetzt Weil ich jetzt nämlich hier drauf schlag Mein Schwerd hat ein bisschen mehr Damage Und das Einfrieren da, das könnte von Markus oder wir sein Ich habe Wollschlüsse Ich habe Wollschlüsse So, jetzt können wir uns helfen Ja, aber ich habe Wollschlüsse verloren Ich habe Wollschlüsse Ich habe wieder Wollschlüsse Kommt da rum Oh, ne, ok Weißt du, warum die uns entdeckt haben? Boah, da gibt's mir, wie fett Weil ihr zwei vorgerannt seid Ah, ne, stopp, die konnten uns noch gar nicht sehen Es könnte daran liegen, dass irgendjemand sich mit dem Viecher angelegt hat, das mit dem MG geschossen hat und dann auf alle anderen aufwechsam gemacht hat Na, jetzt bin ich's wieder, du Ja, Futter, du warst es Hier sind zwei Stück Zack Erster Stealth Kill Zack, zweiter Stealth Kill Oh, Futter war nicht da Weißt du, was ich meine? Nein, du hast keine Ahnung Da Geister, töte ihn, den hatte ich noch nicht gesehen Self Kill Mann Also Sven gemeint Ja Wo ist Sven? Wo ist Sven? Boah, ist das Geschütz Sven ist offline Nein, Sven ist wieder am Weg zum Weg zum, weil die da unten einen ja schon gesehen hatten, also brauchte ich nicht da bleiben, weil es trinkt mir nix Ich geh wieder dahin, wo wir hin müssen Ich geh wieder dahin, wo wir hin müssen Ich geh wieder dahin, wo wir hin müssen Ich will den Typen da oben töten Warte mal, F, F kann hier wechseln Ja, geh morgen Ah, so ist ein Geschütz Ah ne, ist ne Drohne Da, tot Gut Achso, da bist du wieder rein Jetzt schick ich's Oh, wir tun müssen Ne, die ist ja noch Foto Ja Ja So, wie viel ist das hier, brauchst du nochmal, Sven? Neun Gott Und? Zehn Hm Ich meine, du hast zwei gemacht Ja, der eine wurde nicht gewertet Das ist ja auch so verkackt Achso Äh Tino, you do not want to be on this side of the portal when that key melts down Nein, nö, 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 nö nö, 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 nö Wenn ihr nicht nur 15 Sekunden raus seid, aus dem Partei seid ihr tot Ja, eben 10 Sekunden 9 8 7 6 Oh, Markus, du Weiß ich mal, wo das ist? Boom Super, Markus, du hast geschafft Hä, was hab ich gemacht? Du köst erschossen, du Lappen Hä, was hab ich da gemacht, du Bastard Du, du hast mir dein Ding auf den Kopf fallen lassen Hä Äh, ne, ich hab's auch nicht geschafft, Pisser Hab du gesagt, was hab ich wieder hochgefahren, Lappen Ja, der schwirr, da hochläuft Du bist, ey Du schießt, wir haben den Ding hier Ja, weil der hier vor, der uns schon gesehen hat Weil der auf mich geballert hat, werde ich euch wiederbelebt hat vielleicht So, jetzt geh du vor Sven Hä, ist ein erstes gleiche Teil So, ich bin hinten, hinter Markus Ich steh immer hinter Markus Ich steh immer hinter Markus Ich glaub immer hinter Markus, ja Gut schon Wohin geht Äh, die haben uns schon Guck, ich war hinter Markus Wieso hab ich mich auf dich geschossen? Dies war langsam, dass MGS im Vorraum geschossen haben Bin immer noch hinter Markus Bin nur hinter Markus Bin nur hinter Markus So Somit ist, da stelle ich lauter Korpus Helme Somit ist, da stelle ich lauter Korpus Helme Oh ja Aber jetzt gerade ist wieder wenig als Stealth Oh, 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 die Tür bei Vorsicht Laser strahlt zwei uhr alt so weg laser laser ich habe ein unidentifiziert die teilgefunden habe ich gefunden oder nicht er wird gelootet ich hab da gelootet Arne ist ab vor diese scheiß maschine wird ihr laser strahlt mann auch kein damage aber du hast dann verstrahlung alter dies übel wo seid ihr jetzt schon wieder willkommen also ich komm also hier unten wird es weitergehen also die die elektrofischer da hätte sie das so dem G-Typ ah die diese Verstrahlung sicher war ein Brandverletzung ich geh direkt aufs lebe klar er liegt am Boden und macht's alter scheiße ist klar ja bei mir hat er mich verfehlt mit seinem Schlag aber das glaube ich zu weit weg war es oder? was energievoll? so was gibt's da? Leute, die ganze energievolle nein, die wollte doch, warum hat der uns jetzt mitbekommen? was da hinten? nichts, oder? so, den noch zehn Jahre bis vor du da ist ja, wir haben ja noch nicht alles geschafft, was wir hier nicht machen sollten ja, ja doch nein, uns fehlen noch zwei Korpuslager dann sag uns, Buddhisten ich soll mir ja suchen, oh scheiße, ich bin ja eingefroren am besten stirbt er jetzt noch Markus warte ich hier 40 Sekunden sind wir auch raus die Aufnahme wird jetzt ein langweiliger Foto wieder nicht mit uns mit geht aber oh, ja, YOLO was wir hier sind, weiß ich, wie viele Gegner hier hinten noch sind aber wir haben vorbei, an YOLO ja, YOLO ja, YOLO ja, stimmt, ich hab's überlebt, oder? ja, schon gesagt, dass was ich kann ich konnte es auch machen die ganze Zeit nicht mehr die Tür nicht auf und es explodiert Leute, mach mal die Tür auf welche Tür? naja, die Türen sind schon schwer zu bedienen davor laufen, sie öffnen sich durchlaufen na, es war ein Fahrstuhl naja, ich würde sagen, das war doch einmal die erste Mission von dieser Quest und wir sehen uns in der nächsten Servus und tschau tschau